Das erste Mal Rehe, so neben, weil ich aus der Ukraine bin und wir haben ganz leere Walde. Wir haben dort nur Eichhörchen und ein bisschen Egel. Also Rehe, so tief, so close, das ist das erste Mal in meinem Leben. Ich interessiere mich, wie weit kann ich gehen? Wann läuft es weg? Es läuft schon weg, es läuft weg, ja. Da läuft es weg. So, das ändert sich. Es kommt. Wir müssen roten, unser Verhältnis ändern. So, das weiß ich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020